Die Sendung wurde live untertitelt. Denk doch mal nach. Unsere Eier sind da, wo seine Augen sind. Tu das nicht, Mann. Du bist viel zu fett. Halt deine Klappe. Ich bin Thomas Cupp. Ich hab heut Geburtstag. Also, komm vorbei, Mann. Da steigt ihr in der Dickens Street. Das ist eure Party. Ihr schmeißt die. Da wollte ich heute Abend hin. Soll voll krass werden. Cool. Dann sehen wir uns ja nachher. Was? Kümmern Sie sich ums Kassieren. Das sind viel mehr als 100 Leute. Na klar, ist immer plus Begleitung. Wird sich was ausmachen von der Karre von meinem Dad runterzugehen? Der rastet aus, wenn was passiert. Ich wurde gerade schon wieder angerufen. Ich bin mir sicher, die Nachbarn übertreiben. Es wird Zeit, Schluss zu machen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Die Party rockt. Entweder jetzt ist Schluss oder ich rufe die Polizei... Du Scheiße! Jetzt rufe ich deinetwegen die Bullen, du Arsch! Mach doch, Klugscheißer! Das ist alles auf Band! Er ist nur drauf, wie sie dem Jungen ins Gesicht schlagen. Was suchst denn du da? Kondome. Ich arbeite da unten anders. Du arbeitest größtens an einer Diabetes, du fettes... Wir haben den ganzen Tag zum Aufräumen, das geht schon klar. Was ist damit? Was, wenn meine Eltern das sehen? Kein Schwein wird den Scheiß sehen, bloß wir. Ich verspreche's dir. Da war ja diese Highschool-Party in Pasadena. Haben Sie die Bilder gesehen? Da war ja diese Highschool-Party in Pasadena!